Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Command Conquer Tiberium Wars. Ich bin euer Dwankey Monkey und letzten Part haben wir Kroazin gemacht, wo wir unseren Feinde erforscht haben wegen der LQ, I-Core LQ Detonation. Ja, diesen Part machen wir Brückenkopf 19. Das ist wie bei Ken's Turm und das ist übrigens die letzte Mission, das es gewinnt. Das heißt, nach dieser Mission ist wirklich das Let's Play abgeschlossene von Command Conquer Tiberium Wars. Aber auf jeden Fall, wir fangen jetzt erstmal an. Endlich! Lade die erhaltenen Informationen auf zentralen Datenkern. Die GDI hat den Tacitus immer als Warnung vor den Besuchern verstanden. Und ich sah die Chance für mich, eine überlegene Rasse auf die Erde zu holen. Eine Rasse mit großem Wissen über das Tiberium. Laut des Tacitus würde eine Flüssig-Tiberium-Explosion das Besucherspähschiff alarmieren. Aber unsere Experimente missglückten, wir erreichten nicht die benötigte Sprengkraft. Dieses Wesen ist im Datenkern bereits erfasst. Genetischer Ursprung unbekannt. Der Overlord wird mehr wissen wollen. Brückenkopf wird angegriffen. Ankunft zusätzlicher Vergeltungstruppen erwartet. Erfolg der Mission gefährdet. Fertigstellung mindestens eines Brückenkopfes hat oberste Priorität. Sekundäroperationen umgehend einstellen. Schiff sofort reformatieren. Insubordination ist inakzeptabel. Ohne aktiven Brückenkopf kann der Großmeister nicht zum I-Corps-Knoten zurückfliegen. Die gesamte Sammeloperation ist entbehrlich. Overlord wünscht mehr Informationen über Kane. Befehl ignoriert. Ein aktiver Brückenkopf. Und der Bau eines Signaltransmitters ist ihre einzige Überlebenschance, Großmeister. Oberste Priorität. Brückenkopfmontage. Ja, die GDI macht jetzt Probleme. Und jetzt müssen wir einen Brückenkopf retten, damit wir überleben. Okay. Ähm, Brückenkopf 19. Großmeister. Sie müssen den Turm am Brückenkopf 19 bis zu seiner Fertigstelle verteidigen. Es geht um alles oder nichts. Der Erfolg unserer Mission und die Zukunft von Großvolkes hängt von der Aktivierung des Turms am Brückenkopf 19 ab. Sie haben ab zuvor Zugriff auf alle unsere Offensiv- und Defensivsysteme. Übernehmen sie das Kommando über den Stützpunkt im Zielgebiet und verhindern sie, dass sie die indigene Population den Turm zerstören. Ja, was ich mich frage. Da müssen zwei Türme entstehen. Einmal in Keynes Turm, die Nordwool es verteidigt. Und einmal hier in Kroatien. Was die Alien jetzt von selbst verteidigen. Okay. Fangen wir an. Die Mission ist auch ein bisschen knifflig. So, dann bauen wir erstmal das. Und das. Bauen wir das. Und... Wir haben im Norgens starke GDI-Verbände geortet. Anscheinend haben sie die Absicht, den Turm zu zerstören. Das muss um jeden Preis verhindert werden. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wie viel davon haben wir... Okay. Ähm... Geheimdienstabend aktualisiert. Ja, wir haben den Wurmlöscher. Brückenköpfe werden angegriffen. Indigene Population mit mehreren Brückenkopf zerstört. Ende der Mission. Erfalt keine Mission gefährdet. Mindestens ein Brückenkopf muss gesichert werden. So, du musst hier die Brücke kaputt machen. Ist jetzt ein bisschen hektisch. Ja, okay. Der will das kaputt machen. Bau abgeschlossen. So, dann machen wir mal das. Dann bauen wir hier oben nochmal so ein Ding hin. So, jetzt brauchen wir drei Teile davon. Ähm... Dann bauen wir hier oben nochmal so ein Ding. ...Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Komm schon. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Schaffst du das? Kaputt. Wird. Ähm... Bauen wir dann hier die Dinger hin. Das steht Kacke. Gebäude verkauft. Wird gebaut. So. Und das. So, dann bauen wir nochmal drei Stück davon. Okay. Diese Mission ist am Anfang auch ein bisschen hektisch, da wir zwei Fronten haben und wir sie angemessen verteidigen müssen. So. Hier haben wir hoffentlich überall Dinger. Ja, haben wir. Wir haben ein Technologiezentrum Gebäude. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ja, jetzt wird der so ein bisschen nerven. Ähm... Woh, 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 woh. Ihr attackiert mal die Puppe. Woh, 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 woh. Das bauen wir hier auf. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Einmal hier das. Dann müssen wir hier nochmal so ein Ding aufbauen. Dann bauen wir nochmal so was. Einheit wird angegriffen. Äh, der Kollege müsste... Woh, woh, woh. Mit denen gebaut. Einheit verloren. Moment mal. Kuh? Hä, wo ist denn der? Ach, da. Bau abgeschlossen. Der muss sich eventuell... Oh, eventuell auch nochmal hinplatzieren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So. Okay. Hat der das oben repariert? Hat der. Dann macht ihr das nochmal kaputt. Reparatur läuft. Okay. Du musst dich nochmal hinpflanzen. Abgeschlossen. So. Dann bauen wir das Ding hier auf. Dann wird wir hier. Reparatur läuft. Wird gebaut. Feindliche Einheiten gesichtet. Okay. Reparatur läuft. Sie aus. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt... Ihr seid da bitte anschießen. So. Aber hier. Feindlicher Kommando entdeckt. Ähm, Kommando. Der müsste hier unten sein. Wird gebaut. Ja. So. Perfekt. Der kommt nicht durch. Gut, gut. Gut, gut. Kennen wir eigentlich... Was? Das können wir nicht bauen? Okay. Ähm. Das verkaufen wir. Das brauchen wir nicht. Oh, da hinten diese drei Sturmsäulen. Die sind auch ein bisschen blöd platziert. Das heißt, wir verkaufen die auch. Das. Das. Ja, wohl den da hinten lasse ich mal. Man weiß ja nie. Einheit wird angegriffen. Du, mein Freund, kommst mal hier hin. Ihr zwei hier runter. Du bleibst da. Ähm, ja, ja. Ist gut. Attacke. So. Ich zähle auf euch. Das packt ihr. Auf den Mammutpanzer. Ähm. Da brauchen wir nochmal einen Spaltenerator. Da brauchen wir hier das nochmal. Ähm. Wir holen die Dinger. Ja, die Mission ist halt jetzt ein bisschen hektisch. Bau abgeschlossen. Gut. Ähm. Ja, 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 ja. Hekt. Hektik. 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 Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Das Ding nervt ein bisschen. So. Bauen wir hier das auf. Hier, attackiert den da. So. Ihr müsst gleich mal wissen, was nachhelfen. Wir bauen nochmal ein Buzzer-Nest. Wir bauen das nochmal. Äh. Die Typen nerven gerade. Wir attackiert das. Wir bauen wieder ein paar Buzzer-Nests da. Ein Spaltgenerator. Dann bauen wir hier nochmal ein paar von denen. Und nochmal zwei von denen. So. Hier attackiert nur das da hinten. Sie sieht es hier bei euch aus. Ja. Wir bauen hier das nochmal. So sammelst du es dann da unten. So. Was heißt die Einheit verloren eigentlich? Oh man. Eieiei. Wie sieht es denn aus hier? Ähm. Geh mal da rein. Der hier ist auch noch da. Okay. Perfekt. Perfekt. Ach shit. Jetzt. Auf einmal. So. Abgebrochen. Sammler verloren. Ah ja ja. Sammler verloren kann sein. So. Attacke. Komm her. Wir haben hier oben noch das Ding. Ja. Der Kollege kann mal runterkommen. So. Attackieren das. Ähm. Dann bauen wir hier das nochmal auf. So. Mal reparieren. Der attackiert Kraftwerke. Okay. Was ist das? Ein kaputteter Juggernaut. Abgeschlossen. Ähm. Das Ding ist scheiße platiert. Dann bauen wir hier das. Ich glaube der hat den Sammler abgeschossen. Mein Freund. Du greifst hier an. Okay. Dann müssen wir nochmal ein paar Gebäude aufbauen. Du machst das kaputt. Ähm. Wir fähren noch vier Minuten. Okay. Das können wir überleben. Das können wir überleben. Okay. Okay. Hier sind auch noch zwei Tiberiumfelder. Ja. Ich wünsche dir würde das lassen. So. Davon baut sich irgendwas. Ähm. Die verkaufen wir mal. Die kostet einfach so viel. Mann. So. Wir bauen hier nochmal hier das nach. Ja. Wir haben das zweimal. Wir brauchen es aber nur einmal. So. Dann brauchen wir hier nochmal zwei Verteidigungen. Wird gebaut. Ihr müsst weg. Ähm. Hier kommen keine schweren Einheiten. Gut. So. Ohren repariert. Haben die. Das machen wir nochmal kaputt. So. Der ist dann nicht mehr aufgebaut. Bau abgeschlossen. Ähm. Dann bauen wir hier unten nochmal auf. Okay. Wo haben wir hier das nochmal? Ähm. Einsammer ist da. Die andere ist, glaube ich, nehm ich mal an. Tot. Ich hab keine Ahnung, wohin der dieser Ingenieur da will. So. Alles, alles fit. Alles fit. Gut. Ähm. Wir sammeln schön. Wir bauen das. Beziehungsweise wir bauen das. Und dann nochmal das. Okay. Der Ingenieur wird immer abgeschlossen. Das ist gut. So. Der will. Irgendwie ist das ein bisschen hektisch. Bau abgeschlossen. Hm. Okay. Da ist ein Pitbull. Den kriegst du. Erzähl ich auch nicht. Okay. So. Dann haben wir hier. Ähm. Wo bauen wir den auf? Den Balkenweg hier unten. Jo, hier unten könnte noch einer ganz gut stehen. So. Wo bauen wir mal das? Ähm. Bau abgeschlossen. Genau. Dann haben wir den noch einmal. Dann bauen wir den hier oben hin. Dann bauen wir den noch einmal. Den können wir hier unten hin bauen. Und dann bauen wir das nochmal. Okay. Dann können wir nochmal so ein Ding bauen. Zack. Ein Sammler. Bau abgeschlossen. Wird ausgebildet. Wird ausgebildet. Gut. Ähm. So. Dann bauen wir das aber nochmal hin. Ähm. Wo wollten wir das hier oben bauen? Okay. Bau abgeschlossen. Weil so viel Geld, wie es wir jetzt bekommen, ist schon ziemlich krank. So. Du mein Freund. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gehst durchs Portal. Feindlicher Kommando entdeckt. Ja. Komm her Kommando. Ungeeigneter Bauplatz. Ja. Du mein Freund. Gehst da runter. Wird gebaut. Können wir das nochmal nachbauen? Und das. Wird gebaut. So. Ist er draußen? Ja. Der ist draußen. So. Der kann da. Ich glaube, die größte Angezwill hat jetzt gerade überlebt. Denn jetzt kommt der Army nicht mehr. Das ist jetzt mal eine Theorie, weil der Gegner ist jetzt eingepennt. Das ist auch gut so. Dann haben wir jetzt einfach ein bisschen mehr Freiraum. Finde ich sehr gut. Okay. Dann können wir hier zumindest die ganzen Quellen wieder nachbauen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay. Einmal das. Einmal das. Wird gebaut. Hier sind ja schon alle upgrades gekauft. Außer hier. Okay. Bau abgeschlossen. Dann wollen wir das nochmal. Wird gebaut. So. Nochmal das. Und hier unten nochmal so ein Ding. Okay. Hier ist auch so ein Teil weg. Ach, der braucht jetzt immer wieder der Juggernaut nach, oder wie? Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ja, okay. Können wir gerne machen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wenn das sein... Sein Begehr ist. Wird gebaut. Feindlicher Kommando entdeckt. Ähm. Ich glaube, wir sollten hier oben auch nochmal zwei Türme bauen. Sicherheitshalber. Wird gebaut. Sonst könnte es einfach ein bisschen knapp werden. Einheit befördert. Bau abgeschlossen. Nach. Dies weg. Ja, okay. Ähm. Die Luftabwehr lassen wir mal. Reparatur läuft. Oh. Das Ding ist ja schon fast halb Schrott. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. So, wir haben zwei Schale davon hin. Das können wir dann verkaufen. Verkauft. Bau abgeschlossen. So. Mach sie alle. Er hat die Brücke schön kaputt gemacht. Das ist gut. Ähm. Sword Attack hier sehen, bitte. Hm. Noch 16 Sekunden. Dann ist der Turm unzerstörbar. Wir müssen den nicht mehr schützen. Okay. Das ist gut. Ähm. Wie viele Schiffe haben wir jetzt? Das sind unsere drei Verteidigungsschiffe. So. Der da. Der kann sich hier oben platzieren. Dann können wir das machen. Einsatzziel erreicht. Ach, komm schon. Auf faleis Blind show Dylan. were Sie ja Der da. Da. üss.